Wie ist das Urteil über das Sagen von Ya Muhammad? Friede sei auf dir, oh Prophet. Das ist kein Problem. Wenn du deswegen Ya Muhammad sagst, ist das problemlos. Aber wenn du dieses sagst, weil du Muhammad sallallahu alaihi wa sallam rufst, dann hast du ein gewaltiges Problem. Das ist Schirr. Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam sagte, Und die Überlieferung ist bei al-Bukhari Derjenige, der gestorben ist, während er vor seinem Tod etwas anderes angebetet hat außer Allah. Etwas anderes gerufen hat außer Allah. So wird er was betreten, das Hölf. Weil dieser hat jemanden dieselbe Stellung gegeben wie Allah. Wenn man auf diese Weise Ya Muhammad sagt, und das sagen sehr viele unter den Sufis, möge Allah uns bewahren, dann ist das Schirk großer Schirk. Und du wirst dafür abgerechnet bei Allah. Das ist auch schon. Na.